Hören Sie das? Unser Herz. Dies ist das erste Geräusch, das Sie in Ihrem Leben wahrgenommen haben. Das Herz ist der Antrieb unseres Lebens. Der Herzschlag wird uns unser Leben lang begleiten. Die schnelle Entwicklung der Gesellschaft verlangt unsere ganze Aufmerksamkeit. Wir sind voll und ganz damit beschäftigt, Schritt zu halten. Haben wir vergessen, auf unser Herz zu hören? Leidenschaft, Gefühl, Freude, Institution, nein, Intu, oh Lars, Mensch, so schwer ist das doch nicht, oder? Intuition, Gefühl, Freude, Intuition, das kennt doch jeder, oder? Aber vielleicht stelle ich mich erst einmal vor. Mein Name ist Lars Mendel, ich bin Wissenschaftsjournalist. Und ich bin gerade in Herzensangelegenheiten unterwegs. Soll ich es dir nochmal erklären? Ja? Also, guck mal. Das Herz versorgt den ganzen Körper mit Sauerstoff. Aber damit das Herz diese Schwerstarbeit überhaupt leisten kann, muss es selber mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden. Das Herz ist der Ort unserer Gefühle, unserer Lebenskraft und Lebensfreude. Deshalb sollten wir gut auf seine Gesundheit aufpassen. Das Herz ist eine neue Form zur Unterstützung der Basistherapie für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die von führenden Medizinern entwickelt wurde und auf den neuesten medizinischen Erkenntnissen basiert. Es richtet sich an alle Personen und deren Angehörige, die ein erhöhtes Risiko haben, am Herz zu erkranken oder bereits am Herz erkrankt sind. In elf Filmen mit jeweils 20 Minuten sowie umfangreichem Begleitmaterial vermittelt Ihnen Vision 2, gesundes Herz, viel Wissenswertes über Ihr Herz und wie Sie selbst mit Erkrankung Ihre Lebensqualität erhalten und sogar verbessern können. Unser Herz ist als Motor des Lebens das wichtigste Organ unseres Körpers. Es ist unglaublich leistungsfähig. Wenn es einmal krank ist, dann kann es sich selbst wieder reparieren, wenn wir ihm dabei helfen. Machen Sie mit, helfen Sie Ihrem Herzen wieder auf die Sprünge. Wir haben es in unserer Hand. Wenn Sie Ihre Therapiemaßnahmen beherzigen, haben Sie allen Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken und Ihr Leben ohne Angst weiterzuleben. Wir helfen Ihnen dabei. Sie hatten doch noch etwas vor. Genau, das Leben genießen.